Die Krügers müssen wirklich sehr glücklich miteinander sein. Wie kommst du denn da, Daph? Ich seh das doch jeden Morgen, wenn er zur Arbeit geht. Vor der Haustür nimmt er seine Frau zärtlich in die Arme und küsst sie. Warum machst du das eigentlich nicht? Wieso? Ich kenn die Frau doch gar nicht. Wieso?